Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagdnacht in Ticket und heute habe ich das Spiel 4 Robots. Viel Spaß. Okay, dann werde ich mal die roten Punkte abkassieren. Wenn ich denn was finde... Okay... Nachschub... Na gut... Bisschen Energie kann ich haben. Und noch mehr Raki. Flüsse... Yeah, Gold. Gut, dann werde ich jetzt mal auf Kampf gehen. Und... Biermann. Schnellstart. Schnellstart. Ich glaube nicht 2 Runden oder nur eine, kommt ganz drauf an wie lange die Runde dauert Wie umläuft die Zeit? Die Maximalzeit ist immer 10 Minuten Ich glaube nicht 3 Minuten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, kann ich nicht haben, oder? Fuck it. Spendert. ich glaube damit haben wir auch gewonnen das war sich vorbei einer lebt mal ah ja ich kann verlassen das haben wir so laut dann werde ich trotzdem sagen das waren diese zwei runden die ich spielen wollte eigentlich wollte ich schon ein gespielt die war ja auch schneller sehen als ich dachte so schnell war es auch nicht so schnell war es auch nicht gut spiel werden nein ok und dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr euch dabei seid bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen Ticketrollen und tschüss auf 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 auf